Geh das! So, sechs Briganten gegen zwei, das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Wir hätten das Brigantenlager auch erstmal ignorieren können. Oh, die geht auch nicht. Woher zu jetzt? Mach mich wieder! Geh mich in! Gib mir einen Freude! Ja, und wir sind sie. Ihr habt das Feuer gezimt und durch den Ruf als guter Chaos-Magie erworben. Nur wenige kennen eure dunkle Seite und eure nekromantische Natur. Ja, dafür bräuchten wir aber auch erstmal Rollens Buch. Das hier irgendwo versteckt ist. Ja, eine Necropolis und ein Turm. Ja, Aufträge, besitze einen alten Turm. Wir müssen dort eine Basis bauen, wo uns die Gilde nicht sehen kann. Packt ihr Orks, wo sich das Zauberbuch befindet. Die Bewohner dieses Landes wissen, wo man das berühmte Buch hinkriegt. Okay. Mach mich wieder! Woher zu jetzt? Geh mich in! Gib mir einen Freude! Geh mich in! Woher zu jetzt? Es wird ein verdammter Kampf! Goblin-Skelette sind das hier. Ich stehe. Ich stehe. Ich schau dich und schau dich. Ich werde ein paar faithvolle Soldaten in den näheren Ruinen und Krippen bekommen. Ich werde dich in der Tauern wartet, mein Herr. Woher zu jetzt? Gib mir einen Moment. Das heißt, die Necropolis hier gehört jetzt uns. Ja. Redet mit dem Akolyten, findet mehr über den Turm heraus. Hier können wir Skelette kaufen für Geld. Was allerdings nicht so nötig sein wird. Wenn sie nachbilden produzieren, wohl eher. Also ja. Orklan, dunkle Wagen, Gruff der Ahnen, ist alles hier oben. Findet mehr über den Turm heraus. Why did the Skeletons attack me? Who did this Tower belong to? The owner of the Tower is long gone, but his servants still attack anyone who approaches their dwelling. Skeletons have no minds of their own. They follow orders until they turn to dust, or a new master claims them. I see. Was your former master a powerful necromancer? I wouldn't say so. He was an ordinary human mage. Greedy and short-sighted. It was pure luck that he came across this deserted tower. He remained here until the end of his life. In the basement, there's a lab for changing living creatures into the undead. Do you want me to activate it? Yes, of course. Done. Bring a living creature into this circle. Get lost. Not me again. Was ich eigentlich gerne möchte, ist sie nachproduzieren, aber ich glaube, das werde ich nie im Turm können. Nee. Kann allerdings hier das Essen verkaufen, was ich habe. Oh, und jetzt hat die Stadt kein Gold mehr. Okay. Okay. Ja, okay. Dafür habe ich halt die Briganten. Get lost. Count me in. Where to now? Count me in. Adrak-Clan, der ist da unten. Also ja, ich werde jetzt erstmal zu den Städten fliegen. Ach, der Rakta-Clan, der ist am Arsch. Okay. Und, irgendwie ändert sich jetzt die Musik. Also, die brauchen Hilfe. Wollten Bärenlager vernichten, Wolfsgrube vernichten. Helft dem Schubler. Okay. Okay. Und das sind... Leibeigene. Sucht die alte Kruft. Dort ist Holz Zauberbuch versteckt. Helft den Schmugglern. Die Imperier wachen, warum die Orks auch belieben aus. Wir müssen den Schmugglern helfen, die Grenze auf einem Geheimweg zu überqueren. Das wäre dann hier. Also von dem Orkdorf sollte ich mich fernhalten. Und da drüben ist noch Matavir. Oh, Matavir ist eine Menschenstadt. Hier könnte ich Milizen anwerben. Ja, will ich allerdings nicht. Was ich will, ist mich erstmal um diesen Menschenaußenposten hier kümmern. Der wird nämlich nur von ein paar Schwertkämpfern... Oder das ist ein Gefängnis, ah? Mat me again. Mat me again. Mat me again. Okay, das Gefängnis scheint mich in Ruhe zu lassen. Habe ich irgendwie anders in Erinnerung? Vor allem, wenn ich mit Untoten dort aufkreuze. Ihr wagt euch, um zu sterben. Macht euch bereit, zu sterben. Ich werde die Untoten servieren, indem ich den Kontrolldeutspräck auf sie kümmern kann. Okay. Tolles Brigantenlager übrigens. Erreicht die dunklen Wagen dieses Gebiet. Die in diesem Gebiet beschworenen Skelette sind besonders stark. Und ja, ich kann Untote über mein Bevölkerungslimit beschwören. Und jetzt wollen die was von mir wissen. Und jetzt wollen die was von mir wissen. Okay, Magier sind nicht so gut. Das Gute ist, aus diesen Gruften spawnen dann auch immer regelmäßig neue Truppen, wenn wir welche verlieren sollten. Ich weiß gar nicht, ob aus unserer Nebkompolis neue Truppen spawnen können, wenn wir welche verlieren. Wie man sieht, kriegen unsere Truppen viel schneller Erfahrung hier. Was ich aber gerne noch ein bisschen unterstützen würde. Jetzt Schadenzauber. Schnellzauber laden sich schneller nach. Ist wichtig bei ihm, weil das Untote beschwören zählt auch als Schnellzauber. Es ist wichtig bei uns. Weißt du, was ich verpasst. Ja, es ist wichtig. Es ist wichtig bei uns. Und jetzt, wie jetzt? Aaaaaaah! Miesaaaaa! Miesaaaaaaaaa! So, jetzt sind es noch zwei Schwertkämpfer. Miesaaaaaaaaaah! Oh, ein Ork! Ich weiß, dass das Buch von Dark Magic ist irgendwo in diese Lands ist. Kannst du mir wo es ist? Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Du bist für den Buch von Dark Magic, eh? Du hast gute Intentionen. Ich werde dich in die Ancestor's Crypt, wo die Buch ist gehalten. Die Ancestor's Spirits werden dich passen, als true Freunde der Klansmen. Ich muss jetzt zurück in meine Klan gehen. Oh. Matavir. Also das Gefängnis ist am Arsch. Gut. Matavir. Heute steht das Urga-Hütte. Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich neue Truppen. Ja. 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 Vielen Dank.